Moin, Benjamin Bode hier, dein WordPress-Experte. In der Vergangenheit hatte ich schon das ein oder andere Video zum Thema KI gemacht. Dabei bin ich immer auf ChatGPT eingegangen und wie man damit Text darstellen kann, wie man ein Keyword-Cluster machen kann etc. Dieses Mal möchte ich ein anderes KI-Thema ansprechen und zwar die Bildgenerierung. Seit einigen Monaten nutze ich Midjourney und Midjourney gefällt mir persönlich für die Bildgenerierung sehr, sehr gut. Aus diesem Grund möchte ich es dir einmal vorstellen. Dieses hier ist das Midjourney-Anfänger-Video. Das heißt, kurz und knapp zeige ich dir, wie du mit Midjourney starten kannst, wie du dich anmeldest, wie du deine ersten Bilder erstellen kannst. Gegebenenfalls mache ich anschließend nochmal ein Video, wo ich dann Feinheiten zeige, wie man eben halt Midjourney fine-tunen kann, sodass man immer das Ergebnis kriegt, was man sich auch erhofft. Wenn dich das interessiert, bleib dran, wir starten jetzt. Um Midjourney zu nutzen, gehe in Google und google nach Midjourney. Also, so würde ich es tun. Dann sehen wir hier in den Ergebnissen midjourney.com. Hier klicke ich einmal drauf und gelange somit zur Startseite von Midjourney. Die sieht etwas wild aus, ist eine Animation, die hier abläuft, ziemlich abgespaced. Und wir sehen jetzt hier eben halt vier Möglichkeiten, die wir zur Auswahl haben. Darauf möchte ich jetzt einmal ganz kurz eingehen. Es macht Sinn, sich bei Midjourney anzumelden, wenn wir Midjourney nutzen wollen. Darum müsstest du hier als allerersten Schritt einmal auf Sign-in gehen und müsstest dich dann anmelden. Getting started, dort finden wir unter diesem Reiter Anleitungen, ich kann da einmal draufklicken, dort kriegen wir dann eine Dokumentation, was man Midjourney alles wie machen kann. Das kann man sich mal zu Gemüte führen, wenn man eben gerade nichts Besseres zu tun hat. Dann haben wir Community Showcase. Wenn ich hier drauf klicke, dann kriege ich von der ganzen Nutzerschaft, die Midjourney nutzt, mehr oder minder kriege ich da eben halt sogenannte Showcases, also Muster von Bildern, die erstellt wurden. Und ich kann mir hier auch den Befehler angucken, wie dieses Bild erstellt wurde. Das heißt, hier kann ich dann eben halt später jederzeit nachgucken, welche Bilder wurden gemacht von anderen Leuten und was haben die in der KI eingegeben, damit dieses Bild am Ende als Resultat hinauskam. Aber wie gesagt, als erstes anmelden und anschließend kann man hier auf Join the Beta klicken und wird dann weitergeleitet zu einem sogenannten Discord-Server oder Discord-Channel. Discord, ja, dient der Kommunikation und Midjourney läuft eben halt mit Discord. Also Schritt 1, wir melden uns einmal an. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin hier schon angemeldet. Das heißt, das wird jetzt schwer für mich, hier diesen Prozess einmal zu durchlaufen. Aber ich kann ja einfach mal hier tun, du müsstest hier auf Registrieren gehen, müsstest halt einmal deine E-Mail angeben, Benutzername, Passwort, Geburtsdatum und einmal die AGB bestätigen. Und das war es eigentlich schon. Nachdem du das gemacht hast, kannst du dich eben halt hier in Midjourney anmelden. Und wenn du dich angemeldet hast, dann sieht das so aus wie hier. Das heißt, wir müssen hier einmal auf Join the Beta klicken. Und jetzt wird uns angezeigt eben halt, dass es einen Discord-Channel kippt. Und wir können jetzt eben halt diese Einladung annehmen. Das müssen wir. Ich sage Einladung annehmen, wird weitergeleitet zu Discord. Und jetzt können wir gleich mit dem Midjourney Bot kommunizieren und darüber eben halt unsere ersten KI-generierten Bilder erstellen. Nachdem wir hier in Discord sind, sieht das Ganze so aus. Wenn man neu in Discord ist, nicht verwirren lassen. Im Prinzip ganz einfach, wenn es auch am Anfang etwas unstrukturiert wird. Hier das mit dem Segelboot ganz links. Das ist der Midjourney Channel. Und man kann hier eben halt verschiedenste Kanäle, verschiedenste sogenannte Server aufmachen. Und wir sind hier gerade auf dem Midjourney Server und das ist auch gut so. Dann sehen wir hier dieses Seitenpanel auf der linken Seite. Und hier auf der linken Seite, da gibt es verschiedene, wie soll ich das nennen, verschiedene Räume, verschiedene Unterpunkte, die hier eben halt strukturiert gegliedert sind. Das heißt, hier steht zum Beispiel Info. Und hier kann ich jetzt alles aus dem Infobereich finden. Welche Regeln gibt es? Was hat sich geändert? Welche Ankündigungen gibt es? Etc. Dann gibt es hier den Bereich Support, wo ich dann eben halt, wenn ich Midjourney kostenpflichtig nutze, Support-Anfragen stellen kann. Und dann gibt es Newcomer Rooms. Da steht jetzt hier Newbie 28, Newbie 58, Newbie 88. Das sind sogenannte Räume, denen ich beiwohnen kann und dann eben halt innerhalb dieses Raumes, sage ich mal, meine Bilder generieren lassen kann. Ich habe ja gesagt, ich möchte hier nicht ins Detail gehen, noch und nöcher, sondern ich möchte dir zeigen, wie du schnell und einfach anfangen kannst, denn dann macht es ja auch Spaß. Wenn du Midjourney kostenfrei nutzt, dann kannst du 25 Bilder kostenfrei generieren oder besser gesagt 25 Anwendungen, also 25 Standardbilder. So, ich trete jetzt einfach mal einem Newbie-Raum bei. Das heißt, ich nehme hier mal Newbie 58, einfach draufklicken, zack, boom, sind wir drin und wir sehen das hier gleich direkt im Chat auf dem Discord-Server. Und wir sehen jetzt hier Bilder, die von anderen Leuten generiert wurden. Und du siehst nicht nur das Bild, du siehst hier immer vier Bilder. Und unter den Bildern siehst du jetzt hier immer noch so eine Leiste U1, U2, U3, U4 und das gleiche hier nochmal mit V. Was bedeutet das? Wenn jemand sein Bild generiert hat, du siehst diese vier kleinen Bilder und ich möchte jetzt eins dieser vier kleinen Bilder größer haben, man kann ja auch draufklicken, dann sieht man den Tick größer. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Mensch, das zweite Bild hier, das wird gezählt 1, 2, 3, 4. Wenn ich sage, das zweite Bild, das gefällt mir ja hier außerordentlich gut, das möchte ich ganz gerne größer haben und dann runterladen, dann geht das, indem ich auf U2 drücke. Weil nochmal, oben links ist 1, oben rechts ist 2, unten links ist 3, unten rechts ist 4. Ich will das zweite Bild größer haben, U2. U heißt Upscale, das heißt, es wird größer gemacht. Gut, also alles mit U ist Upscale, Bild größer machen. Was ist V? V heißt Varianten davon anlegen. Angenommen, ich habe jetzt hier dieses zweite Bild und ich möchte davon andere Varianten, dass er mir andere Varianten daraus basierend auf diesem Bild generiert, dann klicke ich einfach auf V2 und er würde hier raus weitere Varianten erstellen und als nächstes würde ich wieder so ein Raster mit vier Bildern kriegen, die aber alle als Basis dieses Bild hier haben. Wenn ich diesen Kreisfeilgedöns hier drücke, dann wird der ganze Prozess erneut gestartet und es wird wieder ein Bild generiert mit der gleichen Anweisung, wie es hier war. Jetzt möchte ich meine allererste Bildanweisung geben, das haben ja hier alles andere Leute gemacht. Ich scrolle dafür einmal ganz ans Ende nach unten. Ich habe hier, kann ich meine Nachricht angeben und wir starten hier, um mit dem Mid-Journey-Bot zu kommunizieren, immer mit einem Slash und jetzt möchte ich ein Bild machen und gebe deswegen Imagine ein. Also am besten einfach nur IM drücken, das reicht schon und hier wird automatisch Imagine vorgeschlagen. Ich klicke auf Imagine und jetzt siehst du, dass hier Prompt steht und ich kann jetzt hier eingeben, was für ein Bild generiert werden soll. Man kann hier deutsche Anweisungen verwenden, aber lasst dir von mir gesagt sein, ich habe es getestet, ist keine gute Idee. Funktioniert, funktioniert aber nicht so gut. Das heißt, tu dir selbst den Gefallen, schreib es auf Englisch, funktioniert wesentlich besser. Die KI erkennt englische Begriffe halt besser, als wenn du in Deutsch schreibst. Ich glaube, es liegt daran, dass wenn du Deutsch oder irgendeine andere Sprache sprichst, dann noch ein Übersetzungstool im Hintergrund arbeitet und dann kommt da meistens Murks raus. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wollen wir angezeigt bekommen und ja, da könnten wir jetzt einfach sagen, und ich könnte jetzt zum Beispiel ein Bild generieren lassen mit einem Segelboot auf dem Ozean bei Nacht mit Vollmond. Also auf Englisch Sailing Ship on the Ocean und Full Moon. So, ich gebe das Ganze hier auf Englisch einmal ein. Soweit, so gut. Das, was ich hier eingegeben habe, das nennt man Prompt. Prompt ist also die Anweisung, die ich hier reinschmeiße. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann fängt Mid-Journey an, uns das Bild zu generieren. Wir sehen jetzt hier Waiting to Start und der Mid-Journey-Bot arbeitet alle anderen Leute, die hier auch ihre Prompts eingeben, ab. Das heißt, ich muss einiges warten, bis dann eben halt mein Bild generiert ist. Wir sehen, er hat jetzt hier angefangen. Er steht immer noch bei 0%. Das wird jetzt aber schnell mehr. Wir sehen, er fängt an. Er ist immer noch nicht fertig. Jetzt ist er bei 31%, 62%. Wenn er bei 100% angekommen ist, ich kann jetzt hier getrost nach ganz unten scrollen, dann taucht mein Bild hier ganz unten gleich auf. So, yippie yay, er ist fertig. Ich kann jetzt hier draufklicken und ich sehe vier Vorschläge für ein Segelboot bei Nacht mit Vollmond. Das hier ist wieder das erste, das zweite, das dritte und das vierte. Je nachdem, welches ich davon haben kann, könnte ich jetzt auf U1, U2, U3, U4 klicken, damit das Bild größer wird und ich es anschließend herunterladen kann. Was sehen wir hier noch? Wir sehen diese Bilder. Sie sind alle quadratisch. Angenommen, ich möchte so ein Bild für meinen Blogbeitrag nutzen. Und ich schreibe jetzt gerade den Piraten-Blog. Und angenommen, ich habe da immer ein rechteckiges Format und kein quadratisches. Meinetwegen, ich nehme das 16 zu 9 Bildformat. Dann muss ich mit Journey anweisen, dass er mir das 16 zu 9 Bildformat bereitstellt. Das heißt, ich gehe wieder rein, slash, imagine. Und als Prompt gebe ich das gleiche ein wie vorher. Wenn wir jetzt aber die Auflösung, also das Bildverhältnis angeben wollen, machen wir folgendes. Hinter unserem Prompt, wo Moon steht, eine Leertaste. Jetzt zweimal Minus, dann AR und dann wieder eine Leertaste hinter AR. Und jetzt kann ich das Bildverhältnis angeben. Zum Beispiel 16 Doppelpunkt 9. 16 zu 9 ist ein Format, ein Querformat. Ich kann das Ganze aber auch 9 zu 16 angeben. Dann habe ich praktisch dieses Instagram-Format, was da häufig genutzt wird auf Social Media. 16 zu 9 funktioniert, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen, einer Woche. Seitdem ein neues Update für MidJourney rauskam. Vorher gab es eben halt nur das Verhältnis 3 zu 2 quadratisch oder 2 zu 3. Also, jetzt 16 zu 9 und ich gebe einmal Enter an und er fängt wieder an, mein Bild neu zu generieren. Er sagt jetzt hier, Befehl wird gesendet. Jetzt muss ich wieder warten. Ich schneide das einmal kurz. Dann musst du hier jetzt nicht die ein oder andere Minute warten, sondern wir gucken uns jetzt gleich das Ergebnis an. So, MidJourney hat unser Bild erstellt und ich sehe es hier. Ich klicke einmal drauf und wir sehen jetzt wieder unsere vier Bilder. Aber wir sehen jetzt schon, es ist das Format 16 zu 9, genauso wie ich es MidJourney vorgegeben habe. Ich sehe jetzt hier die vier Bilder und jetzt müssen wir mal überlegen, welches Bild uns denn hiervon am besten gefällt. Ich finde das erste hier ganz schön. Die anderen, die hier sind mir zu gelbstichig. Na gut, Vollmond kann ja auch sehr gelb sein, aber ich finde das erste hier ganz schön. Und ich hätte das erste ganz gerne größer und würde es dann gerne herunterladen. Das heißt, ich gehe hierher und sage jetzt U1 für Upscale 1. Jetzt dauert es wieder. Das Upscaling dauert meistens länger, als diese Vorschau von vier Bildern zu generieren. Das heißt, ich bin, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als wieder einmal zu warten. Unser Bild wurde erfolgreich abgescaled und wir sehen es hier. Ich kann nun auf das Bild draufklicken. Ich sehe es. Jetzt sehe ich hier mein Segelboot, auch wesentlich mehr Details. Und ich kann jetzt einen Rechtsklick auf das Bild machen und kann sagen, Grafik speichern unter. Und ich kann es eben halt direkt auf meinem PC speichern. Ich kann es in meinen Blogbeiträgen verwenden. Ich kann es aber auch mit Adobe Photoshop oder mit irgendeinem anderen Bildbearbeitungstool weiter bearbeiten. So einfach kann man Bilder generieren. Und die KI kann deutlich mehr, als das, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe mit dem Segelboot. Aus diesem Grund ist es verdammt spannend zu gucken, was andere Leute hier eigentlich mitmachen. Und du kannst jetzt gucken. Nehmen wir mal dieses Bild hier. Okay, hier wurde ein Bild hochgeladen. Dieses Bild mit dem Würfel. Dann kann ich hier eben mal gucken. Das ist der Prompt, der hier eingegeben wurde. Das hier ist ein abgescaltes Bild. Ich kann mich jetzt aber hier einfach mal durchscrollen und kann gucken, welche Prompts haben eigentlich die anderen Menschen verwendet, die hier Bilder generieren. Natürlich, wir sind gerade in einem Newbie-Raum. Hier sind relativ Anfänger unterwegs, die Anfänger-Prompts machen. Du kannst entweder in dem Showroom gucken oder du kannst hier auch in deiner linken Spalte mal gucken, was es hier eben halt noch alles gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal drüber scrolle, ich kann auch weiter nach unten scrollen. Da gibt es hier andere Räume, die heißen General. Da kann man auch Bilder generieren lassen. Einfach draufklicken, denn bin ich in diesem Raum drin. Und dort sind dann eben halt nicht nur blutige Anfänger, sondern Leute, die damit weitaus mehr machen. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel, hier hat jemand ein Bild hochgeladen und hat nochmal eine Anweisung dazu geschrieben, was genau passieren soll. Oder hier bei dieser Dame können wir hier die Anweisung sehen. Und hier kann man einfach abgucken, selber testen, gucken, wie haben andere Leute das gemacht. Das ist gerade am Anfang, wenn man blutiger Anfänger ist, sehr, sehr hilfreich. Ich bin ein Fan davon, relativ zeitnah ins Handeln zu kommen. Midjourney kann außerordentlich kreative, ausgefallene, coole Bilder machen. Meine Empfehlung an dich, test es aus. Wie gesagt, du kannst 25 Anwendungen kostenfrei eben halt starten und mit Midjourney generieren. Wenn du das ausgeschöpft hast, dann wird dich Midjourney darauf hinweisen, dass jetzt erstmal Feierabend ist, es sei denn, du wechselst in einen bezahlten Plan. Das geht bei 10 Dollar pro Monat los und du kannst damit 200 Minuten an KI-Generierungszeit verwenden. Das sind keine Ahnung wie viele Bilder. Wenn das nicht reicht, der nächste höhere Plan, Tarif werden eben halt 30 US-Dollar pro Monat. Da hast du dann schon wesentlich mehr, was du mit der KI machen kannst. Aber wie gesagt, bevor man sich damit beschäftigt, welche Pläne es gibt, was man zahlen kann, zahlen muss, wie auch immer, teste es kostenfrei aus. Mach deine eigenen Erfahrungen mit. Vielleicht beschäftige dich am Anfang nicht zu sehr mit den Details, was man am Prompt alles eingeben kann, sondern gib einfach mal deine ersten Begriffe ein und generiere Bilder, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das Ganze funktioniert. Wenn du später mehr mitmachen willst, ich werde hier noch das eine oder andere Video zu machen, dann zeige ich dir das, wie du verschiedene Bilder zusammenblenden kannst, wie du andere Optionen anpassen kannst, wie du den Kamerawinkel verändern kannst, wie du den Stil verändern kannst, etc. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal meine Empfehlung an dich. Meld dich bei Midjourney an. Kostet nichts. Mach deine ersten Bilder. Mach deine Erfahrungen. Guck, ob das was für dich ist und wie du das Ganze natürlich auch für dich nutzen kannst. Denn richtig spaßig ist es ja erst, wenn man dafür wirklich einen Anwendungsfall hat. Das heißt, wenn du sagst, du machst T-Shirts oder du bedruckst Tassen oder du machst Webseiten und willst damit eben halt Bilder für Webseiten haben, dann fängt das an, wirklich Spaß zu machen, wenn man damit erste Ergebnisse hat. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir einen Mehrwert geboten. Gib gerne mal einen Daumen nach oben. Du kannst gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche dir nun viel Erfolg beim Austesten. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.